Ich finde tatsächlich, da kann es an 1 Stand jetzt niemand anderen geben als Sebastian Vollmer aufgrund der Erfolge, die er da mit den Patriots gehabt hat, in wichtiger Funktion. Ich glaube aber, dass wenn du die Umfrage, wenn Amon Ra zwei, drei Jahre noch verletzungsfrei bleibt und du machst die Umfrage in zwei Jahren, dann wird Amon Ra oben stehen, weil er ein Mann für die Big Plays ist, weil er oft im Fernsehen zu sehen ist, weil er einfach spektakulär ist. Und dann werden die Leute sagen, und zwar mit 70 Prozent, Amon Russell und Brown. Das muss er sich aber noch verdienen, er ist auf einem guten Weg.